Moin Leute! Bevor die Folge losgeht, will ich ganz kurz auf ein paar Punkte eingehen, die ihr in den Kommentaren angesprochen habt. Erstens, die Qualität. Da habt ihr völlig recht, die ist natürlich aus dem Stream rausgenommen und das ist uncool. Die nächsten zwei oder drei Folgen habe ich noch aus dem Stream gezogen und dann habe ich aber einen Workflow gefunden, glaube ich, wo ich parallel aufnehmen kann. Und dann sollte die Qualität besser werden. Zweiter Punkt war die Interaktion mit dem Stream. Das werde ich nicht großartig ändern können. Das war jetzt in der einen Folge ein bisschen extremer, weil wir kurz vorher Moment gestartet hatten. Aber ich will die Folgen auch nur aus dem Stream rausnehmen. Ich kann gar nicht extra nochmal aufnehmen. Das seid ihr vielleicht gewohnt von den Peets. Das wird so bleiben, aber es wird halt nicht mehr so krass sein. Der dritte Punkt war, ob ich die Folgen ein bisschen schneiden kann, um so ein bisschen Längen rauszunehmen und so weiter. Und da bin ich ehrlich, das wird jetzt erstmal nicht passieren. Ich bin froh, dass ich die Zeit habe, nach dem Stream jetzt gerade die so rauszuschneiden, wie ich es gerade mache. Und noch Thumbnails und so. Und dadurch, dass die ja plus minus 20 Minuten lang sind, ob wir jetzt gewinnen oder nicht, bleibt es ja auch nochmal spannend. Und ja, das belassen wir jetzt erstmal so und wir schauen mal in Zukunft, ob wir das vielleicht auch anders machen könnten. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kam was mit? Ich habe mich nicht umgeguckt. Äh, ich meine nicht. Aber nicht 100% safe. Aber viele Prozent. Okay. Moin. Ich bin eine Ladyhunt. Upsi! Achso, ich dachte, das ist doch jetzt einer. Hier ist ein Wangi-Polz, die schon war. Hier ist ganz viel Fünfer-Munition. Oh ja. Ja, also die neue, also meine Erweiterung von meiner Barrel sieht nicht so viel, sieht jetzt nicht so toll aus. Ich habe jetzt eine Uhr dran. Geil, Alter. Guck nochmal. Ach, und er wirft sie ja jetzt. Das war ja auch eine Stufe. Beim Angucken, wo man J drückt, dass er dann am Ende sie kurz hochwirft und dreht. Also, dass sie das als Stufe, wer das durchgebracht hat in dieser Firma, ne? Wenn ich dich mal erwische, du Arsch! Das habe ich auf der M4 auch, ja. Och. Also, wirklich. Ne, es gibt wirklich... Herr Chef, es gibt keine Möglichkeiten mehr. Wir haben alles ausgereizt. Wir können nicht noch ein Level drauf machen. Aber wie wäre es denn, wenn man dann bei der Animation nochmal reinmacht, dass er sie wirft? Ich würde das nicht empfehlen, Chef. Das ist richtig dumm. Doch, das machen wir jetzt. Ich will mehr Kohle haben. Hier ist so eine Spritze auch. Wo hast du das Wangi-Polz gesehen? Da, ich habe es. Okay, dann ist hier noch eine Spritze. Ich bin heute richtig wütend, ne? Richtig wütend, ja. Da muss man auch mal sein. Ja, das ist nicht gut für deinen Blutdruck. Stimmt. Du bist richtig, ey. Du musst noch ein bisschen aufpassen bei dir. Ich müsste eh endlich mal diesen Check machen, von dem ich seit ein paar Jahren rede. Zum Beispiel. Oh, ich habe ein Self-Res-Book gefunden. Gut. Gut. Ich habe einen Brief gekriegt von der Hausverwaltung. Dass du zu laut bist. Lustigerweise, pass auf, die Geschichte geht folgendermaßen. Ja. Dass jetzt Bauarbeiten stattfinden im dritten Stock und dass es jetzt drei Monate lang einfach laut sein wird. Und sie meinen so, ja, wir haben aber die Bauarbeiter darauf hingewiesen, dass die bitte leise arbeiten sollen. Und wie wir alle wissen, so ein Bauarbeiter, der das liest, denkt sich, okay, ich werde mich anstrengen. Und immer, wenn er dann arbeitet, ist er so, oh, ah, nee, warte mal. Ich soll ja ruhig sein. Dann bin ich das jetzt auch. So, und den hat natürlich Maren auch gekriegt, diesen Brief. Ja. Kurz danach kriegt sie den Brief, dass es Lautstärkebeschwerden gibt von da oben. Lol. Von ihrem Stockwerk. Oh, lol. Weil die arbeiten bei ihr gegenüber. Oh, lol. Und dann hat sie aber eine Beschwerde reingekriegt. Lol. Oh, mein Gott. Wie schlecht. Oh, Mann. Ich habe hier einen Compia R markiert. Ich kann den nicht mitnehmen. Danke, ich habe schon. Okay. Oh, nein, ey. Haben die nicht kombiniert? Also, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie kombiniert. Sie war das doch, aber hier ist ein Schalli, wenn du willst. Geil. Ich brauche nur eine M4, wenn du eine siehst. Wenn Franzi ihre M4 noch nicht hat, dann wird sie immer ganz mucksch. Du bist mucksch. Hä? Findest du nicht, dass du ein mucksch bist, wenn du deine M4 noch nicht hast? Da sollte er so ein Snickers-Spruch werden, aber das ist dann schiefgelaufen. Aber im M4 hast du schon. Ich habe ein ganz farmes Kätzchen. Im M4 habe ich schon. Ich habe da keinen SKS. Das ist noch viel schlimmer. M4 gefunden. Krass. Ja, 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 ja. Ja, Franzi, also ich bin... Ich auch. 89 Subs von... Oh. Ähm... Vollgeist entfernt. Äh, ich noch... 57. Ich habe die SKS. Arschteil und M4 hattest du schon, ne? Ja. Also ich bin... Ausraussbuchstechnisch habe ich alles. Ich brauche noch mal Magazine. Ähm... Ja. Hier ist noch ein erweitertes AR-Magazin. Und hier in der oberen Etage ist noch so ein großes Medkit. Das kann ich mir platztechnisch nicht leisten. Sag mal, Leute, was fehlt unter dem... Unter der Westel? War da der Fallschirm immer drin? Stimmt, da ist so ein leerer Slot, ne? Da war der Fallschirm, glaube ich, immer drin, oder? Weil das triggert mich die ganze Zeit. Dass da was fehlt. Der Gürtel ist weg. Der Werkzeuggürtel ist weg. Ah, lol. Stimmt. Oh, stimmt. Ist jetzt für den Gilly, weil man den über die Klamotten zieht, oder was? Oh. Wir hätten mal die Patch-Notes lesen. Danke, Chad. Der Gürtel. Der war aber auch Quatsch, der Gürtel. Der war so quatschig. Der hat da nichts gemacht, ja. Ja, Platz, aber den nimmst du ja nicht ab. Und wenn du reingespawnt bist, kam immerhin automatisch noch ein Gürtel dran. Ja, das stimmt. Auf Konsole ist das Ding noch da? Ja, naja. Ich hoffe halt, dass die irgendwann mal wieder entweder die Drohnen halt irgendwie wieder bringen, oder halt, also für Destin zum Beispiel. Die kommen bestimmt irgendwann wieder. Die können Destin so nicht lassen. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist die tote Zone, oder? 20.000 hätte ich schon gehabt, ohne dass irgendwas passiert ist. Moffett. Moffett. Sollen wir auch mal langsam reinfahren? Also, weil ich brauche eigentlich nicht mehr looten. Es sei denn, du brauchst jetzt noch irgendwas ganz dringend. Jetzt will ich nur noch die Munition wiederholen, die ich mir gerade verballert habe. Okay. Ich finde es so dumm, dass sie jetzt die Partner... Ich habe schon mal die Munition wieder. Dass sie jetzt die Partnersache zusammenziehen. USA und Europa. Zum Glück bleiben unsere Partner, Ansprechpartner die gleichen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen? Da kam bestimmt eine Mail dazu, ne? Ja. Kann sein, dass ich da mal drüber gelesen habe, aber... Warum findest du das doof? Ja, also... Das ist eigentlich... Hast du, da stand noch irgendwas, eine Kleinigkeit, eine andere Kleinigkeit drin, die irgendwie nervig war. Was irgendwie schwieriger dann für uns Sachen macht. Also gerade für uns, die wir noch vielleicht Events machen wollen. Hm. Und so, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe vergessen, warum ich das doof finde. Also was ich auch so weird fand, war, die haben halt viel weniger Leute jetzt. Schreiben aber, sie wollen alles verbessern und besser machen. Hm. Und ich denke, naja, weiß ich nicht. Wenn ihr noch weniger Leute habt, jetzt nur drei Leute für USA und... Europa. Und Europa. Weiß ich nicht. Schwierig. Ich brauche eine Massage, ganz dringend. Äh, Vudel, warst du kurz weg, oder? Vudel war kurz weg. Ja, also Chad hat uns das gerade gesagt, aber danke. Der... Nein, das ist erst ab heute. Heute ist Patch Day. Und ich lese, höre ich nicht zu. Was meinst du, du schreibst? Achso, du hast Patch Notes gelesen. Okay. Also nehme ich jetzt mal an. Oh, 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 oh. Was, was, was? Karilo hat reingeratet. Achso. Ey, Karilo, lange nicht gehört. Was ist los? Es geht. Rilo-Raid. Hi, Leute. Ihr seid immer so krass dabei, ne? Finde ich gut. Ja, wir machen hier eine Win-Challenge mit Franzi zusammen. Wir haben Fortnite geschafft. Wir haben Hand geschafft. Jetzt baiten wir noch Subs rein, damit wir noch vielleicht... Vollgeist machen. Wir machen das hier bis 24 Uhr. Entweder wir gewinnen bis 24 Uhr. Oh, warte mal. Da ist eine Smoke vor uns. Da ist eine Smoke vor uns. Schade. Ja, das wäre das nicht gewesen. Also wir spielen bis 24 Uhr. Wenn wir bis dahin nicht gewinnen, dann machen wir irgendwann mal anders die Win-Challenge weiter. Wenn wir bis dahin aber PUBG gewonnen haben und die Subs nicht reingebettet gekriegt haben für Fall Guys, dann ist die Win-Challenge einfach erfolgreich beendet. Weil wir sehr klug sind. Das ist nicht Fortnite. Nein, das ist nicht Fortnite. Ich würde fast hier... Aber wir breachen. Wir breachen! Achtung! Yo. Vielleicht sterben wir jetzt. Upsi. Hallo? Ich habe die Waffe nicht in der Hand, lol. Ui. Hier sieht es noch ungelootet aus. Ja. Hä? Nein, was mache ich denn für einen Quatsch? Sieht aus wie ein W. Hahaha. Ja, was habt ihr gemacht? Mit Carillo. Auto. Auto, auto, auto. Alter, Schubi, jetzt hör auf! Jetzt hat Schubi nochmal geballert, ala Franzi. Geil. 336. Bei mir fehlt noch ganz viel, also... Hahaha. Da war ein DMR-Magazin. Unten, oder was? Ah, ja. Ja, ist eine spaßige Challenge, insgesamt. Oh, ich habe nur ein Dreifach auf der SKS, Franzi. Äh, oh, das ist nicht gut. Ich glaube, hier lag ein Vierfach irgendwo. Äh, hier noch nicht. New Zone, New Zone. Wollen wir an die Küste fahren? Können wir. Aber ein Vierfach wäre nicht schlecht, ne? Ja, ich glaube, hier lag keins. Scheiße. Äh, ich schaffe es mit einem Dreifach, obwohl es klingt verrückt. Ist es auch. Ist es auch. Scheiße. Aber ich bin mir vor, was das für ein geiler YouTube-Titel wird. Oh, stimmt. Apropos, die YouTubes, die haben sich ein bisschen beschwert, dass ich immer dann so viel mit den Twitchies interagiere. Da müsst ihr durch, Leute. Ich bin froh, dass überhaupt irgendwas auf YouTube kommt. Wenn wir reich und erfolgreich sind, werde ich die schneiden lassen. Ganz, ganz hochpoliert für euch, die Folgen. Oha. Dauert aber, glaube ich, noch ein bisschen. Noch so zwölf Jahre. Aber das ist auch schön. Hat man sich, äh, kann man sich Ziele setzen. Oh, steht vor uns. Oh, das war geil. Oh, das war... Mmh, Baby. Kazumi, vielen Dank für fünf Subs. Stark. Oh, ein Dreierrucksack für mich, geil. Oh, ich bräuchte einen. Scheiße, Mann. Oh, ich hab einen. Geil, Mann. Nice. Okay, okay. Nicht so lange hier bleiben. Du kennst das Spiel. Let's go. Let's go. Einen davon, die Booster und Granaten. Oh, ja. Akakizama. Akakizama. Warte, 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 warte. Okay, let's go. Da geht's ja. Wollen wir deren Autonomie mal? Okay. Stark, Mann. Gute Nacht, Vudel. Du musst auch sagen, Gute Nacht, Vudel. Gute Nacht, Vudel. Schlaf gut. Wer guckt sich jetzt noch das letzte Video an? Das, was heute kam, oder was? Geil, gute Idee. Bei mir kam heute auch ein Video. Hallo. Hallo. Franzi kam heute auch ein Video. Hallo. Hallo. Jetzt war eine ganze Aufrufe hier. Lol. Die Leute wollen immer mehr. Wie wir die weggemacht haben, ne? Richtig geil. Das war richtig gut. Jetzt kriegen wir auf die Schnauze, weil ich das gesagt hab, ne? Ja. Ich sag noch! Oh, der hat Hitz bekommen. Stand in der Tür. Ich muss mich nur kurz heilen. Geh da nicht drauf. Geh da nicht drauf. Ich geh da nicht drauf. Ich hab nur geaimt. Du pikst aber. Ja, natürlich. Wir hauen hier ab. Komm, komm, wir hauen. Okay. Wir hauen. Wie natürlich pik ich's. Hä? Ja, sein könnte, dass sie pushen oder irgendwas machen. Ach so. Ja. Okay. Man möchte ja Informationen haben. Alter, die dreckigen Penner. Oh, wir können nicht mehr in die Küste. Scheiß auf die Küste. Okay. Auto ist halt schon, ja. Scheiße. Gib mir ne Dip. Gib uns ne Dip. Wie viele Leute? 24? Jo. Uh. Kommt ein Drop rechts von uns? Ist das nicht ein Signal-Drop? Ist das ein Signal-Drop? Wir können den Drop abaimen. Jo. Da fährt was hin. Ja. Moped. Der dreht jetzt halt seine Kreise. Wird jetzt hier gehalten? Ja, da ist wahrscheinlich noch jemand. Geh ich fest von aus. Oh. Jetzt rennt er vom Drop los. Mit dem Gilly. In welche Richtung? Ist gerade da. Auto. Mehrere Autos. Er hatte da ein Auto stehen. Ja, der Gilly-Mann. Der Gilly-Mann. Ich weiß, weil er Gilly kann. Weil er Gilly kann. Der ist hier jetzt auch drin. Bei seinem Mate. Mhm. Fuck, ich hab so wenig Munition nur noch. Okay, das ist nicht so gut. Ich hab auch nur noch 100 Schuss. Ja, 100 hab ich auch. 102 Waffen. 102 Reload. Machbar. 23 Leute noch am Leben. Wie denn? Wir sollten nach oben. Wir sollten nach oben gucken. Ja. Und vor allem jetzt zusammen hier bleiben. Also oben waren jedenfalls Schüsse, ne? Mhm. Lass uns einfach oben, so weit wie möglich nach oben gehen. Das Clearen. Und dann quasi mit der Zone wieder... ...Highground-mäßig immer weiter nach unten gehen. Hier vor mir irgendwo. Ja. Ja, Gilly. Da sind noch Leute. Hier. Ja, und schießen. Ja. Schön. Stark. Der hat wahrscheinlich Munition. Ja. Hätt gern sein, Gilly. Den kannst du haben. Gelbsen, Leute. Achso, und nen Helm brauch ich. Mein Helm ist, äh, rot. Ja, meine auch. Jetzt zuerst mal, mal zuerst. Mit auch nen roten Helm. Oh, Mann. Oh, oh, oh. Das hat nach unten geähmt. Rechts von mir. Jetzt hab ich keinen Helm mehr. Einer knock. Pass auf, da hab ich nen Nade in der Hand. Da, 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 rechts. Oh. Oh. Ich brauch, ähm, Weste und Helm. Äh, der hatte ne Weste. Helm hab ich genommen, weil ich auch keinen Helm mehr hatte. Naja, also gar kein Problem. Nur, dass du's gehört hast, damit wir... Der hatte noch... Ja, der Helm ist jetzt angefragt. Der hatte ne MG3 hier. Und ne MG3. Sieben Sekunden geht die Zone los. Ja. Nein, so wenig Munition. Oh. Oh. Scheiße. Ah, es war alles da. Ich hab's nicht gewohnt. Lass uns hier links, lass uns hier links lang. Links waren auch Schüsse. Ja, ja, ich weiß, aber dann, äh, können wir die besser hier... Ach, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Einer down. Ach, hinter mir, hinter mir, jetzt wieder. Ja. Und wo? Ja. Oh. Aua. Nein! Ich kam nicht hinter den Stein, um mich selbst zu beleben. Ich hab noch einen, äh, Self-Revive. Wischi, wie dein Film hat's nicht mitbekommen wahrscheinlich? Doch, doch. Okay. Aber ich bin im Film, ja, das stimmt. Okay. Ach, nee, war... Ach, nee, doch, Transmitter hab ich... Ach, stimmt, ja, ich hab noch einen Transmitter, aber ist egal, ist zu spät. Ach so, ich dachte, du hast einen Self-Revive... Dachte ich, du kommst... Hatte ich, ja, hatte ich, hab ich auch, hab ich auch. Konnte ich nicht mehr drücken, weil ich nicht mehr hinter den Berg kam. Scheiße. Dich rufen macht eigentlich keinen Sinn, aber... Nein, 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 ruf mich nicht, oder? Naja, ich mach's trotzdem, aber... Okay. Äh, du wirst ja jetzt nicht mehr... Ja, ja, mach. Oh Gott, der links sieht mich. Aber der hat Probleme. Ich scoute von oben dann. Ich brauche noch money. Scheiße. Stimmt, das Korten ist ne gute Idee. Okay. Ja. Ja. Scheiße. Okay, leg extra langsam. Schön. Ach, das ist nicht wahr. Du schießt doch aufeinander, ihr Arschlöcher! Ah, der ist daneben dir, fuck. Fake! Fuck! Fuck! Oh, du kannst doch zu mir! Ja, das Problem ist, da war ja grad der Typ. Aber jetzt kämpfen sie ja gegeneinander. Ja. Hoffentlich. Nein, da ist ja jemand. Oh, da ist... Oh Gott, der looted! Äh! Ich bin gar nicht da, hallo. Jetzt musst du hinlaufen, du hast ja keine andere Chance. Scheiße. Ach, scheiße, Mann. Oh Gott, du bist kurz davor. Oh nein! Greif schnell zu! Oh, ich hab gar nicht aufgesammelt. Mann! Weil das alles so heiß hier ist, ich dachte... Ah, krass! Ach, Mann! Fuck! Zweiter geworden. Jetzt ist mir der Nate oder so aufgesammelt. Oh, der wird fuck! Oh, da ist immer alles so weit unten, ey. Der ganze Heel oben ist. Boah, ey! Fuck! Puh! 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 Scheiße! Ärgerlich! Sehr ärgerlich! Ärgerlich! Aber vielen Dank, liebe Chattis, im Twitch-Chat, dass ihr mich an die YouTube-Folge erinnert. Somit landet das Ding hier bei YouTubes. YouTubes, ihr könnt ja auch mal Danke sagen, könnt ihr hier... Das ist Twitch, äh, Twitch, das ist YouTube. YouTube, das ist Twitch. Ähm... Fasst euch mal an. Uh! Wo denn? Wo denn? Jetzt sind die